Standardmäßig wird neben jedem Gruppenchat mit maximal 20 Mitgliedern angezeigt, ob eine Nachricht zugestellt und gelesen wurde. Ein grünes Häkchen-Symbol bedeutet, dass die Nachricht zugestellt wurde. Sobald alle Chatmitglieder die Nachricht gelesen haben, wird hier ein Augensymbol angezeigt. Bis dahin können Sie über die weiteren Aktionen nachvollziehen, wer die Nachricht schon gelesen hat. Bewegen Sie dazu die Maus über den Post und klicken Sie dann auf die weiteren Aktionen. Hier sehen Sie nun, dass eine von drei Personen diesen Post gelesen hat. Wenn Sie auf den Pfeil daneben klicken, wird Ihnen auch angezeigt, um wen es sich dabei handelt. Übrigens wird die Lesebestätigung nicht ausgelöst, wenn die anderen Personen den Post in der Vorschau gesehen haben, also wenn auf deren Bildschirm kurz ein Banner eingeblendet wurde. Jeder hat die Möglichkeit, für sich die Lesebestätigungen zu deaktivieren. In dem Fall sendet und erhält man keine Lesebestätigung mehr. Um in die Einstellungen zu gelangen, klicken Sie rechts oben neben Ihrem Profil-Icon auf die drei Punkte und dort auf Einstellungen. Klicken Sie hier auf das Register Datenschutz und deaktivieren Sie hier die Lesebestätigungen. Diese Einstellung gilt dann für alle Posts, also auch für die Älteren. Die Lesebestätigung 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 Vielen Dank.